Heute stricken wir gemeinsam ein neues Rippenmuster, die verschränkte Einerrippe. Dies ist mein persönliches Lieblingsrippenmuster für Säume und Kragen. Es ist etwas elastischer und formstabiler als die gewöhnliche Einerrippe und das Muster tritt plastischer hervor. Weitere Beispiele für Rippenmuster findest du auf diesem YouTube-Kanal. Genau wie bei der Einerrippe stricken wir abwechselnd rechte und linke Maschen. Jedoch wird die rechte Masche rechts verschränkt abgestrickt. Bei der rechts verschränkten Masche stechen wir die Nadel nicht wie gewöhnlich in das vordere Maschenglied, sondern in das hintere. Genau so. Anschließend wird die Masche normal abgestrickt. Weiter geht es mit einer normalen linken Masche. Und noch eine rechts verschränkte Masche. Hier auch wieder in das hintere Maschenglied einstechen. Wenn du in der Runde strickst, ist es wichtig, dass deine Maschenanzahl gerade ist, damit das Muster aufgeht. Hier siehst du die linken Maschen als kleine Balken. Und die rechten werden als v-aus deutlich. Tun die Arbeit und setzen auf jedes v eine rechte Masche und auf jeden Balken eine linke. Die linken Maschen müssen allerdings nicht normal gestrickt werden, sondern verschränkt. Dazu führst du die Nadel von hinten in das hintere Maschenglied ein und strickst die Masche dann wie normal links ab. Nun kommt ein weiterer Balken. Das heißt, wir werden nun eine links verschränkte Masche stricken und die Nadel deswegen von hinten in das hintere Maschenglied einführen. Wenn man in der Reihe strickt, lautet die Abfolge also einmal rechts verschränkt und einmal links für die erste Reihe. Und in der nächsten Reihe ist es dann einmal links verschränkt und einmal rechts. Beim Stricken in der Runde lautet die Abfolge einfach nur einmal rechts verschränkt, einmal links, einmal rechts verschränkt, einmal links und so weiter. Viel Spaß beim Nachstricken! Untertitelung des ZDF für funk, 2017